Ich habe Glück, ich habe Glück, ich habe Glück. Hallo zusammen, ich bin Nadine und darf heute für Umfeld-Basel Menschen zum Thema Glück befragen. Bleibt dran! Wie glücklich bist du gerade auf der Skala von 1 bis 10? 7,5. 9. 5. Ich würde sagen, ich bin 9. Was macht dich glücklich? Freunde, Familie. Dass es meinem mentalen Zustand geht. Dass ich überhaupt in diesem Land lebe. Ein Wort zum Thema Glück zu beschreiben. Familie. Sommer. Freiheit. Liebe. Zufriedenheit. Wann waren Sie in Ihrem Leben am glücklichsten? Das sagen die meisten Leute, die frisch verliebt waren. Was brauchst du, um glücklich zu sein? Genug Schlaf. Mich selber und eine gesunde Einstellung. Die Gesundheit. Die Freundin. Was macht dich unglücklich? Wenn es mir und meiner Familie schlecht geht. Gesellschaftliche Sachen. Vieles von der Welt geschehen. Was müsstest du in deinem Leben ändern, um noch glücklicher zu sein? Ich lebe fast ein bisschen in einem Überfluss. Das Schulsystem ändere. Bin ich auch selbstkritisch sein? Gut für meinen Therapeut zu hören. Die kleinen Sachen an denen festhalten. Wie ihr gehört habt, ist Glück für jede Person etwas anderes und oft nicht von materiellen Sachen abhängig. Was ist für euch Glück? Schaut für weitere spannende Beiträge auf der Website von umweltbasel.ch vorbei oder folgt auf Instagram und Facebook.